Hallo, ich arbeite als Flugzeugmechaniker. Als Flugzeugmechaniker muss man sich für Flugzeuge interessieren. Man muss gut rechnen können. Ich bin sehr gut in Mathe. Und man muss motiviert sein. Man muss Spaß an der Arbeit mit Kollegen haben. Daher, man muss teamfähig sein und man muss Spaß an der Arbeit haben. Man sollte schnell neue Dinge beherrschen können. Und man muss manchmal hart und lange arbeiten. Aber ich habe Spaß. Man hat einen guten Lohn und viel Urlaub. Das ist super. Und man darf interessante Dinge sehen. Viele Flugzeuge, viele Hubschrauber. Das ist interessant. Ich kann meine Arbeit empfehlen. Überleg sie dir. Vielleicht ist sie etwas für dich. Tschüss. Das ist wunderbar. Dann fallen. Vielen Dank.